Ja, die Bundestagswahlen sind vorbei und da habe ich mir einfach gedacht, ja, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Wahl-O-Mat mal auszuprobieren. Ich bin gespannt, was bei mir für eine Partei rauskommt, ob vielleicht sogar die Partei rauskommt, die ich auch gewählt habe. Und ja, das ist nur meine Meinung, also bitte mich nicht zusammenschlagen auf der Straße, denn dann heulich drei Stunden. Naja, jeder hat seine eigene Meinung. Punkt aus Ende. Keine Diskussion. So, dann starten wir mal. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Ja, gute Frage. Bin ich nicht dafür. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ich bin erstmal dafür, dass man die Bundeswehr Material gibt, was auch funktioniert. Das wäre erstmal, also nicht nur die Verteidigungsausgaben, sondern die ganzen Ausgaben von der Bundeswehr sollten erhöht werden. Es sollte definitiv in der Ausrüstung alles modernisiert werden. Neue Ausrüstung soll verteilt werden. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, das geht alles wieder auf den Steuerzahler zurück. Aber was will man Land, sage ich jetzt mal, verteidigen, wenn die Waffe nicht funktioniert? Oder wenn von neun Chats eh nur noch geht, ne? Also, hast zwar übelst viele als Chatpilot ausgebildet, aber ja, da müssen sich neun Leute in ein Chat irgendwie reinquetschen oder so. Ähm, ja, wie schon gesagt, das geht natürlich wieder alles auf den Steuerzahler zurück, aber ich stimme dafür. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Nein, bin ich absolut dagegen, weil ich sagen muss, ich habe mir mal überlegt, irgendwann, weil ich habe das sogar auf Facebook mal gelesen, ne? Die Diskussion, und ich habe mir mal überlegt, was ich damals mit 16 Jahren gemacht hätte. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte irgendwas ausgesucht, weil ich habe mich mit 16 Jahren überhaupt gar nicht für Politik interessiert. Und ich kenne kaum Leute mit 16, die sich für Politik interessieren. Und das Einzige, was man machen könnte, man könnte die Leute rausfiltern, aber da braucht man ja 30.000 Jahre. Also stimme ich nicht dafür, weil, wie schon gesagt, damals hätte ich irgendwas angekreuzt. Ne? Ich hätte irgendwas angekreuzt. Ohne mich wirklich zu informieren. Mit 16 Jahren hat man andere Sachen im Ding, äh, im Kopf. Ne? Ja. Äh, nee, im Kopf, sondern woanders vielleicht, ne? Aber keine Politik. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Äh, oh, da werden mich gleich viele hassen. Äh, da bin ich dafür. Einfach aus dem Grund, momentan ist es so, dass, äh, eine Windanlage im Jahr 6 Megawatt produziert. Das ist ungefähr, ich weiß es gerade gar nicht so ganz genau, für 3.000, 3.400, äh, Haushälte, ne? Für mich reicht nur ein Windkraftwerk, nicht für mich alleine. Aber, ey, ich bin ja auch anders. Ähm, und ich bin der Meinung, es gibt es andere erneuerbaren Energiequellen, die 1.000 mal besser sind als Windenergie. Die Förderung bedeutet natürlich auch, nicht nur, äh, neue Windkraftwerke bauen, sondern, äh, weiter, äh, an der Technik zu entwickeln, dass die Windenergie, oder besser gesagt, dass die Windenergie prozentual, äh, steigt, äh, was die Gewinnung an Strom angeht. Aber, ich finde, wir sollten vielleicht mehr in andere, äh, Energien rein investieren. Also, ich stimme da. Also, doch, ich stimme dazu, soll beendet werden. Weg mit dem Scheißau, beendet die Kacke. Die Möglichkeiten der, äh, der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Sehr gut, bin ich absolut dafür, absolut d'accord. Ich sage euch jetzt den Grund. Ich glaube, der Vermieter darf im Jahr mit einer Begründung, ich glaube, um 10% die Mieterhöhung oder 7%. So, das Problem ist, bei mir, sobald ich das, haben die bei mir fast jedes Jahr gemacht, ist die Begründung Modernisierung. Ja, auf die Modernisierung war ich, äh, jetzt schon gefühlt 50 Jahre, bis jetzt noch nichts gemacht. Ähm, das nächste ist, unsere Wohngegend wird in Lagen eingeteilt. Gute Lage, neutrale Lage, glaube ich, und schlechte Lage. Warum? Zwei Häuser weiter, wieso haben die eine schlechte Lage und ich eine gute Lage und muss 40 Euro mehr bezahlen als zwei Häuserblöcke weiter? Warum? Kann mir das mal jemand erklären? Was ist denn das für eine Begründung? Gute Lage, weil ich eine Sonnenblume mehr habe hier in meiner Nähe, oder was? Und deshalb muss ich jetzt 40 Euro mehr bezahlen. Also, äh, bin ich absolut dafür. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt werden? Natürlich. Sonst kann ihr, stellt euch mal vor, ich sag jetzt, oh, ich hab hier, ein Impfstoff, für euch erfunden, für, ähm, Covid-19, ne? Hab ich ein bisschen, ja, ein bisschen rum experimentiert. Schwefelsäure, Batteriesäufe, so, äh, Tantwecksäure, probiert's aus. Also, ja, soll definitiv durch, äh, Patente weiter geschützt sein, ne? Sonst kann ja jeder kommen. Zum Beispiel, ich, stellt euch mal vor, ich komme. Für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung, das ist ja kein Wort, das ist eine Krankheit, aber kein Wort, soll vorgezogen werden? Nö. Warum, also ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh ja, die Umwelt und sowas, aber was bringt uns das, wenn wir jetzt noch schneller aus der Kohleverstromung rausgehen? Also aus der Kohlegewinnung, also aus der Energiegewinnung rausgehen? Ähm, und wir stehen dann irgendwann da und, die Stromproduktion reichen, und dann müssen wir uns wieder von Ausland, äh, Strom hier rüber holen, müssen wieder, äh, Geld bezahlen ans Ausland, und so weiter und so fort. Da hängt einfach ein zu krasser Rattenschwanz hinterher. Ja, ich bin auch dafür, dass es vielleicht noch schneller, äh, gehen sollte, aber, ne, ne, einfach nur ne. Als Erwerbstätigen, sollen in der gesetzlichen, äh, Rentenversicherung versichert sein müssen. Alle Erwerbstätigen, ach so. Ja, äh, darüber brauchen wir nicht diskutieren, das ist genauso wie, ähm, wir brauchen nicht 5 Millionen, Krankenkassen. Stellt euch mal vor, Deutschland hätte jetzt nur eine Krankenkasse, ich nenne jetzt keinen Namen, eine Krankenkasse, und jeder Deutsche würde in die Krankenkasse einen gewissen Beitrag reinzahlen. Und das ist scheißegal, ob derjenige mehr verdient oder weniger, der Beitrag ist bei jedem gleich. Wir sagen jetzt einfach mal, Pi mal down, ich weiß, das ist viel, viel höher, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, nur 20 Euro. So, wenn jetzt einer, der schwer krank ist, mehrere Operationen braucht, ist er die Krankenkasse dann schneller gewillt, zuzusagen, da halt ganz Deutschland in einen Topf reinwirft, bevor man 5 Milliarden andere Töpfe hat, und gerade eine neue Krankenkasse, die irgendwie noch Geld ranschaffen muss, die 1000 Euro zur Verfügung hat, und dann wirst du schwer krank, ja, können wir nicht bezahlen, ne? Sie sind unser einziger Kunde. Ähm, und auch mit der gesetzlichen Rentenversicherung finde ich gut, das war jetzt gerade nur ein Beispiel, also finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Stimme ich zu, das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich bin natürlich der Meinung, dass wenn Menschen aus dem Land flüchten, dass wir ihnen Asyl gewähren sollten, ne? Uns wurde damals auch Asyl gewährt, ne? Ich sag nur, wie viele Deutsche abgehauen sind. Und, gut, man kann jetzt drüber schreiten, natürlich wurden wir von anderen Ländern damals anders behandelt, und so was, und so was, und pipapo, und viele Länder haben uns nicht sofort aufgenommen. Voll und ganz. Aber, stellt euch mal vor, ihr seid im Land, weil unser Land gerade Krieg habt, und ihr dürftet eure Familie nie holen. Ihr dürftet eure Tochter nie holen, euren Sohn nie holen. Deshalb, aber, das ist schwierig. Schwierig. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt sagen, wenn natürlich ein Flüchtling kommt, der sagt, ja, ich suche mir jetzt ein Land aus, das Land finde ich absolut genial, finde ich absolut spitze, ich bleibe jetzt hier, und ich hole jetzt 50.000 Leute hierher, und die haben alle denselben Nachnamen, und es kommt wirklich heraus, dass es alles zur Familie gehört. Hier bleib ich neutral. Hä? Hä? auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Äh, ja. Auch wieder ein schwieriges Thema. Ähm, ich finde, wir haben wirklich genug Steuern, und wir hätten das Geld, wir hätten genug Geld, um mit den Steuern, endlich mal unsere Schulen zu sanieren, endlich mal die Straßen zu reparieren, und so weiter und so fort. Äh, wir sind einfach nur, ein Land, äh, das die Steuern extrem schnell verschwendet, und wir schenken vielleicht auch viel, aber es muss nicht sein, dass, äh, auf digitalen Dienstleistungen, jetzt noch eine Steuer draufkommt. Finde ich irgendwie, ähm, auf der anderen Seite, ist es natürlich auch gemein, wenn die von der Steuer, sag ich jetzt mal, begünstigt werden, und keine Steuer haben, und auf die keine Steuer erhoben wird, aber auf die Leute Steuer erhoben, äh, werden die ihre Dienstleistungen nicht digital anbieten. Boah, aber ich bin eh gegen so viele Steuern, deshalb stimme ich nicht zu. Äh, die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden, also ganz ehrlich, wir leben nicht mehr im Mittelalter, jeder kann so leben wie er möchte, und wenn er mit 50 Frauen leben will, und die alle damit einverstanden sind, dann ist es so. Da drüber brauchen wir definitiv nicht reden. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Ähm, das Thema habe ich, da habe ich mich mal vor drei Monaten mit befasst, und bin ich eigentlich schon dagegen, weil wenn man sich mal die, die, die Parteispenden anguckt, und dann kommen wirklich so, ähm, Spenden von 100.000 oder mehr an, oder von einer Viertelmillion, dann vielleicht noch mit einem kleinen Nachtrag, ja, stimmt mal bitte gegen das Gesetz, äh, oder gegen die, äh, das Gesetzesentwurf oder, ne, oder dafür. Äh, ich glaube, mit Geld kann man Leute ein bisschen manipulieren, vielleicht auch unterbewusst, vielleicht auch unterbewusst, aber man kann definitiv seine eigenen Ziele ein bisschen damit vorantreiben, und deshalb bin ich der Meinung, eine Partei sollte nicht bestechlich sein, man kann, ähm, solchen, also man kann ja Politiker mit, äh, Steuern finanzieren, was wir auch tun, und, dass sie dann noch extra Geld bekommen, mhm, mhm. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig, die von Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Boah, auch schwierig. Ich sag mal, wenn ich jetzt, äh, nach Amerika auswandere, da habe ich auch noch eine, eine Staatsbürgerschaft. und, ähm, wenn ich, äh, in Amerika wohne, dann fühle ich mich dann auch irgendwann zu dem Land hingezogen, und, ähm, dann bin ich ja auch, man kann schon sagen, dann irgendwann stolzer Amerikaner, warum soll ich, sollte ich mir jetzt in Amerika oder in anderen Ländern dann doch eine holen? Und warum sollte man das dann in Deutschland machen? Muss ich ganz ehrlich sagen, mhm, also zu dem Gendern, äh, sag ich jetzt nix. Zu der Geschlechtsidentität, Identitäten, sag ich jetzt auch nix. Ähm, stimme ich nicht zu. Notstream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transferiert, soll wie geplant in Betrieb, äh, gehen dürfen. Tja, da ist halt auch wieder die große Frage, ne, äh, dann entsteht natürlich wieder eine Abhängigkeit, äh, von unseren Nachbarn, entsteht wieder extrem viel, ähm, äh, äh, was wollte ich gerade sagen? Ich nenne es mal Betriebskosten. Und, die Frage ist immer, wie weit, äh, das dann politisch gesehen, ähm, Ausbildung hat, ne? Weil wir dann halt ein bisschen so in eine kleine Abhängigkeit, äh, rutschen, ne? Wir rutschen dann in die Abhängigkeit von Russland. Und ich glaube, brauchen wir das? Ich glaube nicht. Also komm, der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Da brauche ich glaube nicht mehr drüber reden, oder? Ne, halt, stimme ich zu. Das Tragen eines Kopf zu soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Jeder kann machen, was er möchte. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch, äh, langfristig möglich sein. Sorry, stimme ich auch zu. Ähm, wir müssen, von jetzt auf gleich, äh, in, in die erneuerbare Energie, ne? Und ja, ich weiß, dass die Autos eine sehr große Umweltverschmutzung, eine sehr große Umwelt, äh, Belastung haben. Aber guckt euch mal Kühe an, die Furzen, die sind noch schlimmer als Autos. Und, bevor man in die Richtung, man kann ja in die Richtung auch weiterentwickeln, man kann ja Step für Step immer mehr ändern, dann immer mehr ändern. Aber wenn man jetzt eine bestimmte Gruppe angreift und auf Zwang von heute auf morgen alles ändern will, klappt nie. Klappt einfach nie. Weil es gibt's nicht nur Autos, es gibt's auch die scheiß Industrie. Die scheiß Industrie, die, äh, keine Filter benutzen. Die Gase, die, äh, gefährliche Chemikalien in die Abwässer leiten, ins Grundwasser leiten, in die Umwelt, in die Luft leiten. Und, Autos und, ich weiß, wir haben viele Autos, aber wenn man sich mal unsere deutsche Industrie anguckt, sorry, aber, äh, da müsste man doch auch jetzt anfangen, ja, ihr dürft dann ab nächsten Monat, äh, das und das nicht mehr produzieren. Also bin ich auch der Meinung, soll definitiv noch langfristig möglich sein, solange wir es noch können und solange wir noch kein richtiges Ziel haben, was wir einfach noch nicht haben, ähm, stimme ich definitiv zu. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Okay, das verstehe ich gerade nie. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik. Also, Schulpolitik stelle ich mir jetzt so vor, ähm, da wird ja alles, ne, Thema Schule, ne, aber auch, ähm, Schulstruktur, äh, Schulplan, ähm, wie, was man in der 8. und 9. Klasse lernt. Und, boah, ja, ich verstehe das jetzt nicht so ganz genau. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Bund mehr, in seinen Land, also in seinen Kreis mehr, äh, sozusagen bestimmen kann, soll, wie, äh, die Schulstruktur aussieht, ähm, wie, der Lehrplan aussieht, äh, schwierig, manchmal neutral. Brauchen wir, glaube ich, ähm, nicht drüber reden. Echt jetzt? Äh, sorry. Aber wer sich heutzutage noch aufregt, äh, ja, wir werden, äh, in der Kommunikation, äh, mein Daten, mein Datenschutz, nee, finde ich nicht gut. Lest euch mal die AGBs von, Facebook durch. Lest euch doch mal die AGBs von, äh, WhatsApp durch. Was ihr da alle schon angeklickt habt und was ihr, Trittanbietern jetzt schon alles, übermittelt habt für Daten. Jetzt mal ganz ehrlich. Um Gottes willen. Wir sind halt heutzutage in so einer Zeit, wo, ähm, Datenschutz zwar ganz oben steht, aber die Datenschutzeinhaltung ganz unten. Und so eine chinesische Firma, wenn die, äh, Kommunikations, äh, äh, Struktur in Deutschland, äh, weiter ausbaut. Juckt uns das wirklich noch? Mein Gott, dann wissen die, äh, wo ich wohne, da wissen ein paar Leute halt, äh, weil ich ja auch immer wieder Werbung bekomme, weil ich hab irgendwo mal AGBs akzeptiert, äh, dass ich, ne, ist ja egal. Aber mein Gott, haben die halt meine Dauern. Mir doch scheißegal. Also, äh, ich steh mich nicht zu. Der Staat soll weiterhin für Religions, äh, Gemeinschaften, die Kirchensteuer einziehen. Das ist halt immer die Frage, ne? Ich weiß, mein Stiefvater hatte damals die Kirchensteuer. Ich glaub, 50 Euro. Finde ich aber auch jetzt wieder, dann müssen die eine Atheistensteuer einrichten. Deshalb finde ich das jetzt auch wieder sehr gemein, ne? Schwieriges Thema, aber ich stimme zu. Ich sag euch wieso. Weil die Pflanze viel mehr kann als high machen kann. Und, ähm, es ist schon hunderttausendmal bewiesen worden, dass, äh, Cannabis auch, äh, gegen Depressionen helfen kann. Cannabis kann auch gegen, äh, Krebs, bei der Krebsbekämpfung oder zumindest, äh, Schmerzlinderung und so weiter und so fort. Wenn man das kontrolliert, geordnet nach Deutschland bringt und wirklich streng kontrolliert und reguliert, finde ich das vollkommen okay. Tja, ui, schwieriges Thema. Ähm, ich bleib hier mal neutral. Warum? Ja, das finde ich halt auch wieder dumm, ne? Weil, ich, so ist es doch wieder ein Zwang. Ja, äh, jetzt war ein Mann, jetzt muss eine Frau als nächstes kommen. Aber wenn die Frau nicht so gut ist oder der Mann halt nicht so gut ist, warum sollte man das, ähm, kontrollieren, regulieren? Finde ich, finde ich doof. Ist halt auch eine Frage, ich weiß, bei mir war die, äh, Fallpauschale, äh, mal 270 Euro, die ich bezahlen musste. Ich glaube, das muss ich dann immer, wenn ich, ich glaube, sechs Wochen oder länger im Krankenhaus bin, einmal im Jahr, muss ich dann, äh, immer eine Fallpauschale bezahlen. Ich glaube, pro Tag sind es dann 10 Euro. Aber einen gewissen Betrag, ähm, ab einem gewissen Betrag, äh, steigt das dann nicht. Ähm, damit wollen sie einfach nur, äh, die, äh, die Krankenkassen wieder ein bisschen Geld reinholen, weil natürlich die Kosten für dich als Patient extrem enorm sind, ne, zum Beispiel, bei mir waren es auch so, glaube, 3000 im Monat, ne, was die für mich bezahlt haben. Aber, ich glaube mal, wenn die von mir dann die 270 Euro zurückbekommen, erst mal, es tut mir weh, und, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, die Krankenkasse sagt, ach, ja geil, ich habe von denen jetzt 270 Euro bekommen, das brauchen wir jetzt. also, finde ich das, äh, Schwachsinn. Auf, äh, hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Ihr wisst, wie ich bei Steuern bin. Und, das soll nicht bedeuten, dass ich jetzt gegen alle Steuern bin, ne, also, das Steuersystem finde ich an sich gut, nur man sollte doch nie auf alles eine Steuer setzen. Stellt euch mal vor, irgendwann kommt eine Steuer, äh, fürs Atmen. Ne, du hast so viel heute geatmet, dafür musst du jetzt Steuern absetzen, Steuern bezahlen. Und, ich hätte, ich habe, habe ja auch gegen, gegen Steuern an sich, gegen das Steuersystem, habe ich ja nichts. Aber, ich habe was dagegen, wenn die Steuern nicht dafür benutzt werden, was sie eigentlich benutzt werden sollten. Wenn, wenn natürlich, äh, die Politiker ganz transparent sagen, ja, äh, mit den Steuergeldern, äh, ich sage jetzt mal, äh, Bundesland Sachsen werden wir jetzt, äh, die nächsten Schulen, äh, sanieren. Und es passiert drei Jahre nix. Dann werde ich sauer. Als Steuerzahler. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Ich störe mich auch zu. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich an sich nicht schlecht, gerade wenn man, ähm, wir leben in, sagen wir mal, einer Zeit, äh, ja, in einer gefährlichen Zeit ist es Blödsinn, wenn ich das so jetzt formuliere. Aber wir leben vielleicht in einer Zeit, wo, äh, das natürlich auch wieder für Sicherheit sorgen kann. Und ganz ehrlich, dann sehen die mich halt über die Kamera und dann sehen sie halt, wer ich bin, was ich bin, wo ich herkomme und so was. Mein Gott, aber wenn dadurch, äh, kriminelle Aktivitäten ein bisschen gedrosselt werden können oder wenn sie gar keinen Bock mehr haben, was zu machen, weil die einfach Angst haben, finde ich das in Ordnung. Auch Ehepaar ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Auch Ehepaar ohne Kinder, ach so, ah, ja klar, weil Ehepaar mit Kindern. Finde ich in Ordnung, weil wenn, wenn ein Mensch sagt, na, ich möchte, äh, eine Ehe möchte ich einkennen, aber ich möchte keine Kinder haben, dann möchten die Leute keine Kinder haben. Mein Gott, lass die doch leben, so wie sie wollen. Und warum sollen die dann steuerlich nicht begünstigt werden? Nur weil die Kinder in die Welt setzen. Boah. Ist auch wieder ein schwer, äh, schwieriges Thema. Äh, da bleib ich immer neutral. Oh, nee, das ist genauso schwierig. Ja, ich als, äh, bleib ich definitiv, äh, bei dem Thema bleib ich auch neutral. Ja, das ist auch wieder was, ne? Der staatlich festgelegte Preis für, äh, für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Stimme ich nicht zu, darüber wollen wir nie reden. Die Schuldenbremse im, äh, Grundgesetz soll, äh, beibehalten werden. Äh, stimme ich definitiv zu. Äh, Asyl soll weiterhin nur politisch verfolgend, äh, gewährt werden. Ist auch wieder ein unfassbar komplexes Thema und mit Einsatz kann man, äh, über das Thema definitiv nie reden. Äh, darüber müsste man sich jetzt erst mal drei Stunden, also pro und contra immer gegenhalten. Müsste man, sag ich dir mal, jetzt drei Stunden drüber diskutieren, halte ich mich raus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da müssten wir jetzt wirklich ein längeres Thema zu machen. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Ja, aber ich weiß, wenn der gesetzliche Mindestlohn erhöht wird, ähm, wird definitiv irgendwo auch eine Steuer erhöht, aber ich bin definitiv dafür, weil wenn der Mindestlohn erhöht wird, wird, äh, gleichzeitig auch, ähm, die Gehälter von den anderen Arbeitnehmenden auch erhöht. und es wird halt alles immer teurer. Das Problem ist, sobald das erhöht wird, irgendwo muss das Geld herkommen, das heißt, irgendwo werden die wieder Steuern erhöht. Trotzdem bin ich definitiv dafür. Schon wieder. Ihr wisst, da meine Meinung. Und das finde ich genauso. Wenn, wenn der, äh, wenn, wenn der Chef zu euch sagt, der CEO, hier, passt auf, ich möchte, äh, oder wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr in Homeoffice arbeiten, dann macht das, wenn, und die Leute, die, ähm, auf Arbeit kommen wollen, können auf Arbeit bleiben. Also natürlich, also das, das Unternehmen selber regeln, wie sie wollen. Äh, was wird denn der jetzt? Also welche Thesen mir besonders wichtig sind? Finde ich wichtig? Finde ich wichtig für mich, gesetzliche, äh, Rentenversicherung, ne, dass alle in einen Topf bezahlen und dass jeder Erwerbstätige reinzahlen sollte? Partei spenden, äh, spenden? Definitiv, dass das reguliert wird oder komplett abgeschafft wird? Das finde ich auch wichtig als Ossi. Auch sehr wichtig, 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 Auch wichtig, auch wichtig, auch wichtig, und ja, nee, das lassen wir mal. Kennen Sie jetzt die Parteien, die mir aus... Achso, mit welcher Partei möchte ich meine Standpunkte... Achso, äh, tz, 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 tz. Boah, kann ich auch hier? Hä, wo bin ich denn jetzt? Ja, die Partei definitiv. Oh, krass. FTP und, äh, die Linke. FTP, ähm, konnte ich mir denken, äh, dass die mit dabei sind. Habe ich auch gewählt. Über die habe ich mich, ähm, sehr krass informiert. Die Linke, ähm, dass wir bei so vielen Sachen, äh, d'accord sind, finde ich auch krass. Hätte ich gar nicht so gedacht. Kann man Tuning, Parteivorgen... Tuning, was kann man nicht... Ich will Tune, Mann! Ah, okay, dann kann ich jetzt... Ah, okay. Wie, wie weit die FTP oder die Linke noch hochgehen würde, dass man selber noch entscheiden kann. Ja, mir ist das Wählen ab 16 doch noch wichtiger. Und dann sieht man, warte, 57... Ah, da verliert die FTP schon wieder 1%. Okay, das, ähm, finde ich gut. Halten sich auch beide raus. Finde ich auch cool. Obwohl ich sagen muss, ähm, da kann man, äh, ein bisschen mehr Eier beweisen und sagen, nee, äh, wir haben einen ganz bestimmten Standpunkt. Sind dagegen. Okay. Gesichtserkennung bei... Okay, sind sie auch dagegen. Ähm, da war ich ja dafür. Fand ich jetzt nicht so schlimm. FTP ist dagegen. Die Linke, äh, äh, doch, die Linke dafür. Begründungen. Also. Ja, ist, 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 muss ich ganz ehrlich sagen, ist, äh, sehr, sehr, der Valomat ist sehr, sehr interessant. Hat mir echt mal ein bisschen Spaß gemacht. Unbedingt wählen gehen, unbedingt, äh, euch informieren über die Partei, die ihr in Fokus habt. Und, äh, gucken, ob die Partei wirklich was für euch ist. Und wenn nicht, guckt euch alle anderen Parteien an. Ihr findet schon eure Partei, die, äh, vielleicht eure Interessen vertritt. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.